ich habe zwei katzen anders als normale katzen ist vor allem dieser orange kater ziemlich kürz auf jeden fall nicht wie er liegt hauptsache er liegt und die katze die stört das auch nicht weiter dass er aufgelegt und so liegen sie da und pennen tagelang ich fühle mir gerade übrigens mit dem mit dem handy ich habe tatsächlich ein handy gekriegt das ist quasi der test wie gut das funktioniert und ob das überhaupt funktioniert herr kater hast du etwas zu der verteidigung zu sagen so Das ist einfach. Es ist halb 21 Uhr, 22 Uhr hoch. Und das geklingelt, da ist eine Glasenuhr. Die klingelt irgendwie in 4 Stunden Abständen. Also wenn es auf 12 Uhr steht, dann klingelt sie 4 mal doppelt. Und auf 1 Uhr schlägt sie 1 mal doppelt, auf 2 Uhr schlägt sie 2 mal doppelt, auf 3 mal 4 mal doppelt. Und auf 5 Uhr schlägt sie wieder 1 mal doppelt. Und die Uhr, das ist die da hinten da oben, hat man früher dazu verwendet, um auf Schiffen die Wachen einzuteilen und sowas. Aha. Lernt man Sachen, während man Katzen beim Pen zuguckt. Das ist ja auch nicht oft. Okay. Ach guck, das sind wir. Mit dieser Kamera. Hoop. Große Katze. Kleine Katze. Große Katze. Kleine Katze. Nicht? Nein. Nein. Keine wird es zu viel. Keine flüchtet. Weck ist er. Da bist du aber weit gekommen, Kata. Na, dann soll's genug sein. Und ich dann mal hier funktionieren kann, was macht dieser Knopf dann? Hä? Keine Ahnung, was der Knopf da macht. Nun sollte das mit diesem Video gewesen sein und ich, ähm... Ich seh nichts, weil ich mit der anderen Kamera aufnehme. Moment, hier ist ein Spiegel. Oh, Hauerha, seh ich furchtbar aus. Ja, ich war grad in der Dusche. Und hab keinen Hut auf und keine Beule. Nein, damit machen wir keinen Vlog, damit machen wir das Video aus. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's.